hallo meine freunde auf maverick tv und zwar kennt ihr sicherlich noch die schönen Rollos diese Kegel stumpfförmigen Schokoladebonbons gefüllt mit einem Karamellkern aus der Schulzeit noch mittlerweile gibt es die auch noch zu kaufen und was haben wir da es wurde eine Milchschokoladencreme mit feiner Toffeecreme unterlegt schöne Rollo in Milchschokoladenform produziert so sieht das gute Stück aus meine freunde und wir machen heute das unboxing erst mal die 360 grad drehung 140 gramm ist der Inhalt zwei Tüpfchen 70 gramm also machen wir das gute stück mal auf schön an der seite hier entfernen da sind die guten stückchen so sieht das aus meine freunde jetzt schauen wir mal ganz kurz rein erst mal ein knick so teilen wir beide auseinander so sieht das gute für mich hinaus das müssen wir noch mal da müssen wir noch mal genauer an zoomen da müssen wir noch mal rein zoomen und jetzt kosten wir das gute stück auch mal jetzt gucken wir mal da rein und da unten ist wirklich ich weiß nicht ob ihr das gut erkennen könnt da unten ist wirklich toffee schön das karamell meine freunde hier nochmal der beweis oben die schicht schokolade und drinnen schön die karamell füllung man kann es auch schön vermischen und mit einem löffel weg ballern schmeckt nicht ganz wie die rollos in schokoladen bonbons aber auch sehr 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 lecker so meine freunde das war das rollo unboxing abonniert maverick tv ciao p ass so